Musik Meine sehr verehrten Damen und Herren, recht herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Gewerbetreibende und liebe Fans von TV über Regional. Wir werden oft gefragt, was ist eigentlich TV über Regional? Ich möchte mich auch bedanken bei TV über Regional, dass Sie so aktiv bei der Sache sind, heute wieder berichten von der Leistungsschau in Rauenberg, aber auch mich begleitet haben durch die Landtagswahl 2016. Das war sehr interessant zu verfolgen, diese Öffentlichkeitsarbeit, die hier geleistet wird. Und Respekt, Dank allen, die daran mitgewirkt haben, aber vor allen Dingen auch Respekt und Dank für die hohe Qualität an Information, die hier TV über Regional in unserer Region hin leistet. Herzlichen Dank. Wir sind Mediengestalter in Bild und Ton. Wir haben es gelernt in den 20 Jahren übrigens, 20 Jahre Erfahrung haben wir schon hinter uns. Wir produzieren Videofilme, wir gestalten die. Jetzt gibt es aber tausende verschiedene Wünsche. Wir haben hier einen Zuschauer, einen sehr zufriedenen Zuschauer. Herr Krämer, Sie sind von einem Zuschauer zu einem Werbepartner geworden. Ja, also ich habe TV über Regional immer im Facebook beobachtet und die YouTube-Videos und habe sehr interessant das verfolgt immer. Und jetzt als Gewerbetreibender war für mich das klar, dass ich zu TV über Regional komme und den Herr Döll kontaktiere und bin sehr zufrieden. Und ich kann nur jedem Gewerbetreibenden empfehlen, sich bei dem Herr Döll zu melden. Und er macht alles super für die Werbung und alles super für die Homepage und alles, um die Firma bekannter zu machen. Und ja, also... Sie haben es gemerkt, als wir uns abends dann getroffen haben. Bis zum nächsten Morgen waren schon ein paar Berichte im Internet. Sie haben die Reaktionen gemerkt auf der Google-Seite? Ja, also die Reaktionen waren gleich, innerhalb von ein paar Stunden war das gleich ganz anders. Und man hat gesehen gehabt, dass viel mehr Nachfrage da ist und dass man auch schneller gefunden wird. Und deswegen, das war sehr, sehr gute Arbeit von Herrn Döll. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Und natürlich auch für die ganz kleinen Kunden ist es möglich, dass die einfach sagen, hören Sie mal zu, TV über Regional. Wir brauchen jetzt einen kurzen Clip, dass Ihre ganzen Zuschauer Bescheid wissen, was wir anzubieten haben. Wie finden Sie die Leistung von TV über Regional? Ich finde es sehr gut, dass Sie sehr stark in der Region präsent sind. Sei es jetzt bei Anlässen wie diesen, Charity-Veranstaltungen, aber auch, dass Sie dabei sind. Wenn Hilfsorganisationen, Sie sind ja eigentlich auch immer bei der Feuerwehr gut vertreten, sind aber auch vertreten dann, wenn diese Organisationen faktisch und tatsächlich im Einsatz sind. Da finde ich die Präsenz von Ihnen sehr gut und die Ausgewogenheit ist sehr gut. Und dass Sie nicht irgendwelche Dinge erheischen. Sie wissen, ein riesiges Thema, ich an Unfallstelle, dass hier Bilder gezeigt werden, die meines Erachtens nicht, die sehr, sehr grenzwertig sind. Also ich kann es nicht leiden, wenn Menschen, die einen Unfall erlitten haben oder Angehörige von Unfallopfern gefilmt werden. So wie Sie kennen, respektieren Sie das immer. Also ich habe bei Ihnen noch keine Bilder von schwer verwundeten Menschen gesehen oder gar von toten Menschen gesehen. Ich würde Sie auch bitten, so in dieser seriösen Art und Weise weiterzumachen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Danke. Sehr gerne, ja. Und Ihnen natürlich auch weiterhin alles Gute und beruflich viel Erfolg. Privatkunden haben die Möglichkeit, ihre Hochzeit, Geburtstag, Taufe, privater Hausverkauf, privater Autoverkauf bei uns filmen zu lassen. Und wir machen es dann für Sie bekannt. Auch haben Sie natürlich die Möglichkeit, bei TV-Urginal Ihre uralten Videokassetten oder Filmbänder S8, N8, 75mm oder sonst noch was, überspielen zu lassen, digitalisieren zu lassen. Also retten Sie Ihre Bänder und Ihre Videokassetten. Über 20 Jahre sind wir schon in dem Filmgeschäft. Wir retten Ihre Videokassetten. Wir überspielen Videokassetten auf USB-Sticks oder auf DVD. Melden Sie sich einfach bei uns. Bringen Sie Ihre Videokassetten vorbei. Und wir retten das, was noch zu retten ist. Marktstraße 89 in 68789 St. Leon Roth TV-Urginal Sollten Sie eine Veranstaltung planen, Ihr Event werden wir gerne, wenn Sie es wünschen, im Vorhinein bekannt machen. Sie können gerne die Bilder dazu nutzen oder die Filmaufnahmen von letztem Mal, dass wir dann dazu eine Moderation machen oder ein Interview mit Ihnen, was in Zukunft und demnächst stattfinden wird. Weil das sehen dann noch mehr Leute als zuvor. Wenn Sie auf diese virale Medienart, auf diese virale Werbetechnik zurückgreifen, dann haben Sie die Möglichkeit, wesentlich mehr Leute zu erreichen, die dann darüber Bescheid wissen und eventuell zu Ihnen kommen. Weil es kommt immer darauf an, wer daran Interesse hat und wer sich darüber freut. Und sollte es dann im Facebook oder in anderen Portalen sein, dann wird er das auch noch teilen, liken, posten. Und das gilt natürlich auch für die werbenden Leute, die ihren Betrieb, ihr Geschäft, ihr Business, ihre Firma oder Großkonzern bekannt machen möchten. Wir als Mediengestalter für Bild und Ton, wir sind auch gerne bereit für die Industrie oder für die Firmen regelmäßig oder sogar ständig da zu sein. Sie können gerne von uns jemanden bei sich entweder selbstständig einstellen oder auch angestellt einstellen. Und dann haben Sie die Gewissheit, der Mann ist dann immer für Sie da. Und wir dann täglich etwas bei Ihnen machen, produzieren. Auch das Greenscreen-Studio kann mitgenommen werden in Ihrer Firma. Dass man regelmäßig etwas produziert. Die Software, die Bearbeitung und so weiter, die kann dann, wenn Sie keinen weiteren Arbeitsplatz frei haben, kann die natürlich in unserem Büro gemacht werden. Filmschnitt, die After Effects, die Hollywood-Schnitte, diese Tontechnik, diese Special Effects, Greenscreen, Bluescreen, alles was da benötigt wird. Lampentechnik, Lichteinfall, Produktfilmen. Rainer, danke vielmals für das Gespräch. Vielen Dank, Oli, dass du mich hier aufgenommen hast. Ja, gerne, weil hier im Studio klappt das ja. Und wenn Sie auch hier ins Studio möchten, melden Sie sich bei uns, jederzeit machbar, Herr Nachbar. Danke, tschüss. Danke, tschüss. TV-Übergenal wird natürlich auch Ihre privaten Urlaubsaufnahmen und Urlaubsfotos oder verbackelte Handyaufnahmen wieder gerade machen, sodass es auch wirklich ansehnlich ist. Und das natürlich auf Ihren USB-Stick oder auf DVD überspielen. Wir übernehmen auch gerne Ihre Webseitenbetreuung, Facebook-Betreuung. Wir posten gerne regelmäßig im Facebook für Ihre Firma. Wenn Sie es wünschen, übernehmen wir gerne die Webseite von Ihnen, dass wir Aktuelles reinschreiben, sodass dann auch die Besucher der Webseite auch Aktuelles sehen. In dieser Kombination wird dann natürlich auch Ihre Firma mit Ihrer Webseite bekannt gemacht. Facebook, bei TV-Übergenal und alles, was dazu gehört. Wir sind eine Online-Zeitung mit einer Videoproduktion. Deshalb können Sie uns für Videoproduktion, ob gewerblich oder privat, jederzeit buchen. Wir machen schöne Filme aus den ganzen Sachen, die Sie wünschen. Wir sind jederzeit für Sie da. Danke für Ihr Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. TV-Über-Regional für Sie unterwegs. – – Untertitelung des ZDF, 2020